Hier ist Canvox Lifetracker, die brandneue smarte Uhr, mit der Sie jederzeit auf Knopfdruck viele indikative Körperwerte im Blick haben. Direkt am Handgelenk. Lifetracker hat unzählige geniale Funktionen. Auf Knopfdruck, Richtwerte zum Sauerstoffgehalt im Blut. Auf Knopfdruck, ein Maßstab für die Herzfrequenz. Auf Knopfdruck, ein Gradmesser für Ihren Blutdruck. Und auf Knopfdruck, einer für die Körpertemperatur. Das alles können selbst viele teure Markensmartwatches nicht. Zusätzlich können Sie Anrufe annehmen oder tätigen, dank eingebauten Lautsprechern und Mikrofon. Telefonieren Sie, ohne ein Handy halten zu müssen. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Perfekt. Unverzichtbar für ältere Menschen. Wählen Sie den Notruf direkt über Ihre Uhr. Lifetracker bedeutet Sicherheit am Handgelenk. Ich brauche bitte Hilfe. Zeichnen Sie Ihre Schlafdaten auf, um Aufschluss über Ihr Schlafverhalten zu bekommen. Wann immer Sie einen Anruf oder eine neue Nachricht bekommen, vibriert der Tracker sanft. Telefonieren Sie bequem von Ihrem Handgelenk aus. Sogar wenn Ihr Telefon etwas weiter entfernt liegt. Halten Sie sich fit mit den 18 Sportmodi. Der Tracker erfasst Schritte, Distanz und Kalorien. Beim Gehen, Laufen, Wandern, Radfahren und vielem mehr. Hören Sie Musik von Ihrem Handgelenk aus. Egal ob über Kopfhörer oder direkt von der Uhr. Die eingebauten, hochwertigen Lautsprecher sind laut genug. Stellen Sie sich Trinkerinnerungen oder andere Alarme. Machen Sie tolle Selfies. Einmal den Arm schütteln und der Auslöser ist aktiviert. Auch von weiter weg. Sie finden Ihr Handy nicht? Lifetracker hilft. Das magnetische USB-Ladekabel passt sofort. Der Akku hält bis zu sensationelle 7 Tage mit nur einer Ladung. Ein Vielfaches von Marken-Smartwatches, deren Akkus oft nur wenige Stunden halten. Auch unter der Dusche funktioniert CanDocs Live Tracker. Er ist staub- und wasserfest bis zu 1,5 Meter Tiefe. Mit Stoppuhrfunktion und eingebauter Taschenlampe. Und der Tracker funktioniert mit iPhones, mit Android-Handys oder auch ganz ohne Handy. Sie haben die Wahl. Wählen Sie für die Bedienung aus zahlreichen Sprachen aus, darunter natürlich auch Deutsch. Passen Sie den HD-Screen aus über 200 verschiedenen Themenbildern nach Ihrem Geschmack an. Speichern Sie Ihre Kontakte. Prüfen Sie das Wetter. Es gibt unzählige Funktionen. Und mit der kostenlosen, deutschsprachigen, ergänzenden App haben Sie sogar noch mehr davon. Heben Sie Ihre wertvollen Daten auf und zeigen Sie die Daten Ihrem Arzt. CanDocs Live Tracker ist so unglaublich vielseitig. Ihr treuer Begleiter für ein vitales Leben. Aber mit seinem niedrigen Preis schützt er noch dazu Ihre Geldbörse.